hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play control wir haben letztes mal dieses fette gebiet gesäubert also war nicht viel dabei hier sind auch sehr viele menschen noch die bei klaren verstand sind wir werden mal kurz schauen wir haben keine fähigkeit okay so den müll weg bringen da müssen wir in diese richtung dann spielen wir mal kurz Müllmann das ist Prozent die Tügel ist das doch immer um okay ich glaube ich sind die richtig die Stimme Oh! Die explodieren! Wupsi! Ähm... Becker! Ah geil! Die, die werden ja auch ähm... ...inzerstörerlich äh... ...die von... Boah! Weg, 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 weg! Was ist hier noch so? Ja, da hinten... Und da... Ist gut, dass ich ja ähm... Da hat sich so viel damit los. Boah! Boah! So ne Gasflasche ist halt, äh... ... auch ziemlich geil... Wow! Wuuuuh... Nein, 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 nein... Kann ich irgendwas nehmen? Ah... mal dort ist was sehr so also so extrem die jahre jetzt auch Prozent da sind die Punkten ich glaube da muss ich rein nicht ja genau zu dem Punkt muss ich rein geben wir mal pumpen immer schön alles anschauen falls man irgendwas vergisst ich glaube hier ist jetzt nichts gut dann gehen wir mal weiter so hier ist das bisschen zu ruhig Stromausfall ersetze die Teile okay Gibt es hier wieder so ein Explosiv Teil nicht oder das ist doch auch Explosiv hier mag ich die Stromplinde ich fühle mich richtig so ähm ähm bin ich wo angestoßen so da gibt es noch diesen diesen hübschen hier ist noch so dann kontrollieren wir bäh so dann dann so das gut wunderbar so ich will mal kurz schauen ob da was neues gibt die werkstatt waffenform ja ok da brauchen wir noch material aber hier könnten verdeckte waffen modifikation körper ja nie wir sparen mal auf die waffe ich will unbedingt hier das schleudern noch weiter verfeinern wo geht es da lang da geht es woanders hin verbrenne den Müll oh oh nein ok oh hier ist Biomüll ja ihr wisst was ich mein Bio da ist was ich bin Dr. Piersen leitende Forscherin der Parakinesiologie ich glaube ich habe eine paranatürliche Code Omega Einheit entdeckt die sich in der Behörde befindet direkt vor unseren Augen Darwin weigert es sich mir das Budget oder die Ressourcen zuzuweisen also nehme ich die Dinge selbst in die Hand hoffentlich ist diese Aufnahme der Beweis den ich brauche um sie zu überzeugen der Ofen kann sprechen er spricht schon seit einiger Zeit mit mir der Ofen hören sie haben sie das gehört es ist eine Kraft mit Bewusstsein wir kommunizieren können ich habe es geprüft es gibt keinen Beleg für einen Aufbau des Ofens ich glaube entschuldige was ja ich kann dich füttern was esst du ich verstehe ich versuche Freiwillige zu finden w-w-w-w-was? ich versuche Freiwillige zu finden verbrenne den Müll der um den ich glaube wir sollen nie hat Artie wohl Fässer mit giftigem Bio-Material gemeint bist du sicher? immer ein bisschen wahrscheinlich gerade sämtliche Vorschriften in Sachen Abfallentsorgung ja aber wenn Artie es so will mache ich es so ich würde nicht so äh den Artie vertrauen ne just saying äh äh da unten ist noch einmal so da unten leuchtet es nochmal grün da ist dann die nächste das muss hier sooo so krass heiß sein da hinten ist noch eine ich glaube es gibt noch zwei insgesamt warte mal schauen wenn ich von hier treffe ok so krass abweichen tun die gar nicht also kann ich es doch schaffen von hier ähm ähm ich glaube irgendwo unten könnte noch eine sein und hier sieht man ah oder? oh oh juhu oh das hat mir weh getan dann schauen wir mal was da ist ein Grenzbereich überrest ja geil das habe ich gebraucht ich hoffe hier kommt man auch wieder raus das sind die falschen Fässer ah cool so geben sie gut Acht Alberto ich erkläre dies zum letzten Mal interne Quarantäne ist ein manuell ausgelöstes Ereignis das haben wir doch schon oder? oder? indem eine oder alle Sektoren durch Einschränkungen im Sektor in Sektoren Luft Gebrauch abgeriegelt werden so werden die Mitarbeiter und ihre jeweiligen Sektoren festgehalten bis der Notfall vorüber ist das haben wir schon das haben wir schon sicher ich bin mir zu 90% sicher hier ist keiner da muss einer oben sein aber oben habe ich keinen mehr gesehen dann sage ich jetzt nicht das äh das letzte Fass das ist er sag ich doch jetzt fehlt noch eins ähm okay wahrscheinlich ist es die ganze Zeit vor meinen Augen und ihr habt es schon alle gesehen und ich nicht wo schimmert es noch grün? schimmel 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 ich hab keinen lassen schimmel so unten haben wir eigentlich alles abgegrast hier oben ne hier hier kann kein Stamm ist hier noch eins? ne bin ich dumm oder bin ich dumm? hier ist auch kein hier ist auch kein das muss da unten sein dann weil hier oben ist so wo bist du? where are you? das ist das falsche Fass ich bin Fassungslos ich bin Fassungslos ach komm schon hä? ich wette das ist so krass auffällig vor meinen Augen und ich sehe es einfach nicht wo ist das? wo ist das? wo ist das? ist das etwa da? warte mal da hat es ein bisschen grünlich geschimmert aber ich ne ne warte ich die Schimmern äh was ist das? oh da ist es da ist das scheiße oh Gott so ich bin eine Katze ich bin eine Katze ich bin eine Katze komm ich da hin? und sorry ähm ich hab die falsche Tasse gedrückt da muss man nicht Sprinten drücken sondern äh äh ne ok ähm ähm ah später können wir ja noch äh schweben wahrscheinlich ist das das sehr schön so dann haben wir äh Müll äh reparieren sie die Transformatoren ah jetzt jetzt müssen wir da rein ok super dann machen wir das mal mit Fagnesian ich behalte mal die Pumpgun die Schriftflinte mal hier wir müssen das sofort reparieren ja ja ich bin dabei Gott sei Dank man gibt's die Pumpgun da werden wir dann später auch nochmal schweben können Guten Tag boah das war ein Headshot sehr gut m vom wohl Formal ho 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 berühmt Atlanty mit historically schon wollen пов Na warte man Warte, warte, warte. Oh oh. Ähm. Genau, das war das. Oh Gott. Wie ändere ich das nochmal? Ähm. Oh, okay. Also. Schubfeil bei Tötungsserie. Schaden nach Tötung 31%. Ähm. Exilus Lc für Dreh, okay. Denn hier Schmetterer. Kopfschuss. Okay, Schmetterer, was ist das da? Äh. Geschossstreuung ist weniger. Schaden plus 15 ist geil. Abgeschossene. Uh. Das machen wir. Sehr schön. Aber ich, ich, äh, weiß immer noch nicht. Äh, Entschuldigung, ich muss gerade noch mal nachschauen. Ich hab, äh, ne ziemlich längere, ähm, Ähm, Aufnahmepause gemacht. Und deswegen muss ich hier nochmal... Schau, F, okay. Genau. Kühlungs... N-S-C... Kühlpunkten. Im Arsch. Mom. N-Link-Es nomine. Nein, 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 nein. Ist der nicht noch? Wo ist der hin? Ich weiß nicht, wo er hin ist. Hä? Ja, ich hab ne Frisky. Wer will? Ich bin grad echt zu dumm, oder? Da ist er. Jetzt fehlt nur noch der letzte. Da, schieß nochmal. Ah, danke. Das war's, oder? Naja. Gut. Hier ist einer. So. Ich finde herausragend, was die... Mist! Was jetzt? Mein alter Feind, die Verstopfung! Such die Rohre ein. Möre dich um den Scheiß. Sie ist clever. Versucht sich einzuschleichen. Wir haben sie mit der Hand in der Fischfalle erwischt. Werde sie los. Der... Der ist... So verwirrend. Ohne Schmarr. Äh... Mein alter Feind, die Verstopfung. Also... Hier sieht's schon sehr, sehr lecker aus. Ah, hier ist... äh... Äh... Iiii... Äh... Äh... Was ist das denn? Äh... 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 Der... Der spatz jetzt rum, oder was? Was zur Hölle ist das? Ja... Aber das ist das ekelhafteste, was ich je gesehen habe. Ja... Iiii... Gedicket. Habe ich jetzt... Ich hab doch sicher die Verstopfung... Besiegt. Äh... Sieht nicht so aus. Boah... Motzes stinken hier. Uuuh... Äh... Was ist das? Oh, ich will da hin. Ah, das sind wieder so gelbe... Egelhafte... ...S-Boys. Na? OMG... Ist das widerlich. Äh... Da ist schon wieder einer. Aber ohne... ...spuckt der auch. Uuuh... Uuuh... Okay, da ist nochmal. Wahrscheinlich auch mit, äh... ...den gelben Pusteln. Hurll! Nicht falsch! Pfff... Auf einer Skala... ...von eine 1-10 war das echt... ...Scheiße... Ah, sehr gut. Aber wenigstens mehr werden wir da belohnt. Ritualimpuls. War's das jetzt? Ich glaube das war's jetzt. Ja, sehr gut. Aber jetzt dann wahrscheinlich die nächste Welle. Nicht? Gut, dann nicht. So, um, 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 um. Die nächste Pumpe könnte da... Ne, das ist das vom Anfang nicht. Ja. Ja. Ah, da sind noch ein paar. Ähm, da oben vielleicht? Da war ich noch nicht. Ja, da ist eine. Da ist eine. Das war's mit den Rohren. Es geht doch nichts über körperliche Arbeit. Ja. Ja. Gibt's hier noch irgendwas Explosives? Ja, aber eine fette Kasse ist es auch kein. So. Bam. Ja. 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 Ich hab' dir gerade was gefunden. Auf Ruves. Ich hab' ich zu kurz... Warte, wo ist der? Da. Na, komm mal hier. Vollibelljb! Ich dachte da, das ist okay. Ne. Nein, stimmt, er muss mich ja gar nicht bitten. Haben die auch was verloren? Nicht, ne? Da ist ein Vetter gekommen. Ähm, der tut wahrscheinlich ein bisschen leer, ne? Oh, chill. Wo bist du? Woaaah! Schocken! Nein, ich kann nichts sehen. Ein Rohr, bis zum Rohr verliehen. Oh, komm. Hi. Hahaha. Der war geil. Wie du, du hast nichts verloren. Wie wär's mit der Waffe? Oh, das war ein Vetter. Gut, ähm... Ja, ich würde sagen, äh, den Rest schauen wir dann, äh, das nächste Mal. Äh, reparieren sie die Transformatoren, wo kommt das hin? Ah, da muss ich nochmal zurück. Gut, wir gehen nochmal kurz zum, ähm... Ups... Zum... Komme ich da zurück? Ja, natürlich. Sie schafft das. Äh, zum Kontrollpunkt. Und dann... Speichern wir da. Beziehungsweise aktivieren den nochmal. Ähm... Weil ich muss jetzt wieder leider ne Aufnahmepause machen. Und niesen. Und... Entschuldigung. So, und dann... Würde ich sagen... Ich zog heute Abend weiter. Und für euch heißt es, morgen kommt die nächste Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bis zum nächsten Mal.